Ich hole dir mal meinen Grab ab, morgen. Ich wollte gerade sagen, wann denn? Dieses Jahr oder nächstes Jahr? Typischstudent kann nur noch in Semestern rechnen. Ja, das sowieso. Das weißt du doch. Ich habe in zwei Semestern Geburtstag. Autsch. Komm, der war unerwartet. Ja, aber trotzdem schlecht. Das war ja nicht die Frage. So. Roboter, bleibt hier. Ich will ja jetzt nicht. Sagen aber. Ich will ja jetzt nicht sagen, aber die ganzen Produktionen stehen still. Was? Weil Schakul leer ist. Was? Ah ne, irgendwann ist ein Fließband abgeklemmt. Ich reparere ja das Gottes. Irgendwer ist was abgeklemmt. Mare? Ach, ja, ich bin ja auch gestorben. Komm nicht zu mir, das war's safe, du. Wir wissen beide, dass du solche Aktionen machst. Glaub mir hier einfach, sondern... Ah, jetzt weiß ich auch, warum du immer ein Fließband mehr setzt, Tobi. Damit man das trifft. Genau, ne, ne. Damit man das abbauen kann, falls irgendwo wieder was hilft. Ach so, nö. Doch. Das ist eine super Idee. So. Boah, das wird spaßig. Ich weiß nicht, wie ich mich gerade noch daran erinnern, dass ich auf dem Band gelaufen bin und da Schakul voll war. Hat's meistens so an sich. Vor allem, weil wir das halt brauchen, weil sonst, wie du halt festgestellt hast, alles stillsteht. War nicht so schlimm. Nö. Steht's noch. Aber weil das gar nicht verbraucht wird eben. Ja, einige verbrauchen nicht so viel. Ja, jeden. Oder allgemein verbrauchen wir eigentlich nicht so viel. So, eins. Bam. Aber hey, wir brauchen nicht mehr Strom ausbauen gerade. Hat doch seine Vorteile. 280 MB für die ganzen riesengroßen Anlagen. Das ist Leerlaufstrom. Das stimmt. Wenn die gerade nicht laufen, ist das Leerlaufstrom. Ja, aber die laufen ja jetzt wieder. Ja, und jetzt guck gleich mal auf den Stromverbrauch. Ach nee, laufen wir lange nicht. Ah ja, ah ja, geht ja auch gut. Also eigentlich nicht gut auch. So. Vorher stellt euch mal das hier vor und die Aliens würden sich noch expandieren. Über das Wasser. Ey, immerhin würde man sich die Landaufschätzung sparen. Stimmt, weil irgendwann sind wir halt so weit, dass sie alles eingenommen haben. Ja. Nur ob du dennoch da hin willst, ist die andere Frage. Ich meine, du musst um jeden Zentimeter kämpfen. Dann brauchen wir wirklich die Artillerie. Nicht nur eine. Aber nicht zu Angriffszwecken, sondern zu Verteidigungszwecken. Ja, so in etwa. Aber hey, wir haben doch gleich alles weg. Vielleicht. Wo ist denn meine Leiche? Du fragst mich was. Wo liege ich denn? Wo bist denn du gestorben? Ich kann nicht zwischen dir. Ich glaube, du liegst an deiner Leiche. Hä? Ich glaube, du stückst gleich wieder. Ja, ja. Also fünf Minuten sind auf jeden Fall noch nicht um. Was? Die spawnen das auf fünf Minuten? Ja. Die gucken sich auch alles ab. Also ich sehe da eine Leiche. Ja, kannst du mich navigieren? Shift alt. Auf den Map. Dann siehst du... Ah, ja. Und dann ein Stückchen links. Stopp. Ach, da. Stimmt. Ja, ja. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ach, mannö. Wir müssen hier ja auch wieder... Alles schon tot? Hm. Ach so gut. Ja. Motiviere dich mal so ein bisschen. Du darfst gerne ein paar mehr töten auch. Das Problem ist halt, wir müssen auch immer am Rand ein bisschen was wegnehmen. Das ist das Blöde einfach. Und jetzt kommt's. Die Anlage ist irgendwie nur noch so halb... Also nur bis hierhin oder sowas. So. Ich würde aber eigentlich wirklich versuchen gerne Artillerie heute vielleicht noch fertig zu kriegen. Weil prinzipiell spricht hier eigentlich nichts dagegen. Oh Gott, ich hab keine Rohre im Inventar. Oh. Ich geh da mal auf ne großweilte Reise. Ich will wirklich fast schon überlegen, History Matters im Hintergrund anzumachen. Was für ein Zeug? History Matters. Was für ein Zeug? Ist ein schlussguter YouTube-Kanal. Englischsprach. Ach, jetzt wird hier sogar noch Werbung gemacht? Obviamente. Ja. Für Geschichte mach ich immer Werbung. Ich wollte dich gerade sagen. 1A-Lieblingsthema, also. Wenn ich dafür keine Werbung machen würde, wofür dann? Für Tobi? Ne. Boah. Lauf ich gar nicht. Ja. Kann ich verstehen. Aber wenn wir nicht mehr Rohre brauchen, ja, so ein Kassinventar mit Rohren vollklatschen. Äh, Shit. Wann bist du nach hier gekommen? Hast du dich teleportiert? Ja. Teleportiert? Ja, ich hab mich teleportiert. Hat nichts damit zu tun, dass ich gestorben bin. Ich hab mich teleportiert. Das ist auch eine Form der Teleportation. Das ist also nicht klar. Deswegen. Ey, bist du wirklich gestorben? Ja. Und das Problem ist, man braucht wirklich mittlerweile 5 Minuten bis darüber. Ja. Also das ist die Anzahl an Algenfarben, die ich brauche, Tobi. Für? Ich hab keine... Drei Ölteile. Weiß. Die laufen dann aber auch 100% effizient. Ach, du Schande. Jetzt fehlt mir Stahl, was mir ja geklaut worden ist. Kannst aus meiner Leiche nehmen, ich hab ein bisschen was. Ja, wenn ich wüsste, wo du... Du hattest Stahl und hast es mir nicht angeboten. 500 oder sowas waren das nur. Ja, ich nimm gleich die Anzahl an Algenfarben. Die ist sehr frech von dir. Ja. Die 500, meine eiserne Reserve, hab ich dir leider nicht angeboten. Aber die hab ich jetzt genommen und verkraftet. Ich war deine Stehland-Reserve, wenn ich bitten darf. Autsch. Da kannst du mir doch sicherlich sagen, wo die Leiche ist, oder? Unter mir. Also steht drauf. Möchten Sie was Süßes oder was Wässriges trinken? Beides. Das ist übrigens sehr volles Inventar. In Klammern ganz voll. Schon wieder ein neuer? Nein, die ist voll alt. Du, mich auch. Ja. Danke. So. Auf geht's. Ah. Nächster Versuch. Heilig. So. Badadadam. Tom, was hältst du davon? Wir kümmern uns jetzt beide mal darum, dass wir die Artillerie zusammenkriegen. Aua. Ja, finde ich gut. Mit Wasserwerfer ist es natürlich noch hübscher. Ja. Wasserwerfer? Nee, Wasser. Ach so. Ich hab verstanden. Mit Wasserwerfer ist es natürlich noch hübscher. Kann man auch machen. Kann man auch machen. Kann man auch machen. Ist die Frage, wie viel es bringt, aber... Boah, das ist ja noch mehr. Also von diesen Pflanzen haben wir, glaube ich, demnächst erstmal genug. Boah, bin ich froh, dass man einfach diese Teile ziehen kann. Die Masten. So. Komm, schieß ein, zwei Mal. Dann haben wir erstmal Ruhe. So, wir haben Ruhe. Was ist das denn hier für Musik? Hä? Bronx sind wir. Ja, mit dir auch auf. Können anfallen. Wofür braucht man denn die komische Art der Fakten? Äh, für Forschung. So, ich brauche euch Bronxe abholen oder hier hinten Bronxe abholen. Da hinten definitiv. So, Tom. Einmal die ganzen Strommasten wieder abreißen. Fängst du von der anderen Seite aus an? Wir haben auch echt ein interessantes Buster. Von hier runter und da hoch dann. Danke. Aber irgendwie schön, dass es jetzt wieder bei dir geht. Naja, mit einer Geschwindigkeit, ja. Ja, gut. Das ist jetzt erstmal ungewohnt und später ist das scheißegal wieder. Naja. Also, scheißegal vielleicht nicht unbedingt, aber prinzipiell, who cares. Hauptsache, wir haben Spaß. Ich sag mal, wenn wir schnell arbeiten würden, würden wir definitiv nicht so arbeiten, wie wir jetzt arbeiten. Doch. 100% Effizienz. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Ja. Warte schon, ey. Wie viele haben wir denn hier drüben überall stehen? So. Ach, scheiße. Ich habe keine Roboter mehr. Ich muss mal kurz warten, bis meine Roboter da sind. Ah, da liegt noch eine Leiche von einem Roboter. Was? Ja, ich habe nur noch 15 Roboter. Ich habe noch 22. Kannst du mir zwei abgeben? Mhm. Ja, kannst du eh nur 20. Egal. Egal. Nein, ich habe doch 30 Roboter eigentlich. Was? Nein, du hast nur 20. Ja? Also normal hast du nur 20 hier. In Vanilla haben wir 30 beziehungsweise mittlerweile 100 oder sowas. Oder 50, glaube ich sogar. Ach so, ja. Ich habe nur zwei von denen. Ja, mehr kriegen wir da ja noch nicht rein. Wir könnten zwar mal versuchen, eine größere Rüstung zu bauen, aber... Äh, warum kriegst du mal nicht mehr rein? Wenn du halt Batterien und so ein Setup halt auch mit drin hast. Dann... Und mehr braucht man eigentlich auch nicht. Weil... Bringt dir eh nichts, weil... Sind halt eh dann dauerhaft leer. So. Wir haben nur ein Problem. Ich brauche Klippensprengstoff. Weil wir hier Klippen zwischendurch haben. Boah. Also. Die ganze Zeit hier nur am Fordern. Ja. Hab ich jetzt. Ja, dann kannst du ja die zwei, drei Klippen hier wegmachen. Da, da, da. Und da ist noch ein Ding. Ja, die habe ich auch nicht. Aber? Ähm. Was geht denn da für? Sprengstoff? Ja, das haben wir ja eigentlich. Ja, oben. Ich bin echt am überlegen, ob wir ein Teleportations-Mod mit reinpacken sollen. Also, ich sag mal, im normalen Spiel wäre mir das egal, aber ich bin halt 40 bis 50 Prozent der Zeit nur im Hin- und Herlaufen. Das ist halt das Problem. Solange du einen kennst, der halbwegs stable ist. Müsste man halt ausprobieren. Könnte man vielleicht mal, äh. Einfach den mit den meisten Dauner. Wäre auch meine Taktik, ja, aber... Ich glaube, das wäre, glaube ich, das wäre, glaube ich, gar nicht so schwer. Ja, dann mach doch. Nö. Äh, wie heißt nochmal dieses Gebäude, womit du entleeren kannst, Tobi? Das entleeren kannst. Äh, Barreling Pump. Oh, ich hab sogar noch eine davon. Okay. Ähm, was brauche ich außer Stahl? Stahl. Und Stahl. Noch mehr Stahl. Ja. Tatsächlich ist das wirklich so. Was ist denn hier für schrecklich? So. Oh, ach. Was denn, Tom? Hm? Meinst du die hübschen Fließbänder? Nee, nee, ich hab gar nicht gesagt, was das für schreckliche Musik ist. Ich glaube, Spotify meint das so ein Band. Okay. Das sieht nicht geklatscht. Also, ich mach jetzt mal was entweder sehr Intelligentes oder sehr Dummes. Kann ja nur zweitens sein. Ja, das sowieso. Äh. Was machst du gerade? Okay. So tun, als ob ich das kopieren könnte. Ja, merk. Ich will nämlich Stahl kopieren. Wir kriegen halt viel zu wenig Stahl ran. Das nervt mich gerade massivst. Jetzt ist nur die Frage... Weil der kann zwölf Mann und... Oder die Maschinen sind tatsächlich zu langsam. Geht schon. Schlimm, sowas. Wenn jetzt schon da ist. Na ja. Kannst du länger Minecraft spielen mit mir. Ich hab gerade... Weißt du was? Weißt du was? Was hat Marek gerade gesagt? Er lässt seine Freundin kurz rein. So. So. Wenn Marek gerade nicht da ist... Können wir hier alles sprengen. Jetzt wird mir schon wieder Stahl kicken. Sag ich wieder zurücklaufen? Oh. Ja. Viel Spaß dabei. Gerade war ich oben bei Sprengstoff. Jetzt war ich wieder zu Stahl. Vielleicht hab ich zu wenig mitgenommen, wenn ich war Stahl, sondern mehr. Och nö. Ich muss ernsthaft die Radarstation hier abreißen. Was ist hier passiert? Na. Oh, er schreckt mich doch nicht so. Ups. Ach, ist da schon wieder wer gestorben? Ja. Ich hab mich selbst getötet. Ich hab Wasser unter mir platziert. Weil ich keine Lust hatte, die Aliens zu besiegen. So, ich mach jetzt 50 Klippen Sprengstoff. Nö. Also, Tom, an sich, du kannst dich vielleicht drum kümmern, dass wir Militärforschung kriegen. Also, du musst dir quasi nur alles zusammensuchen, was du dafür brauchst. Wir produzieren alles, aber halt in viel zu geringer Menge. Was ist denn das? Kinetic? Erkost, das nur die Worts? Carbon, Saison? Also, an sich, hier hab ich ne Produktion für Kinetic Eisen stehen. Oh, was ist das denn? Es sieht kompliziert aus, aber das meiste davon... Nee, ich komm grad gar nicht hin. Mach grad. Inva, Brass, Stahl und Weapon Testing Subplate. Was ist das denn schon wieder? Ach, einfach Inva, Brass und Stahl. Oh, nö, ich hab keine Wasseraufschüttung mehr. Oh, man, nicht schon wieder. Ich hab Wasseraufschüttung. Ah, ich hab grad keine Lust mehr. Mich nervt die Aliens. Das Problem ist, man kann C-Block nicht ohne spielen. Ach, machst du grad mit Wasser das Ding weg? Nein, mach ich natürlich nicht. Hättest du Lust, mir kurz zu helfen? Also, ist das ein Ja? Nein, mach ich nicht, aber würdest du mir kurz helfen dabei? Wobei denn? Nichts. Hä? Ich hab Tom maximal verwirrt. Ach so. War ich wieder da? Ja. Ah, siehst du. Zu spät. Nee, du kannst mir trotzdem noch helfen. Jetzt hat doch Wurscht, wie ihr das macht. Backboard. So, hat es hier drin Zink. Also, das war voll. 100.000 schon da. Boah, geht ab. Ja, das ist wirklich recht viel, was man da kriegt. So, I am here. Ja, gut, dass ich jetzt unter der Stahlproduktion bin. Ich soll jetzt nicht zurücklaufen, oder? Ach, nee. Jetzt mach ich erst die Klippen weg. Das ist ja wohl nach allem Interesse, ja? Ich wüsste wohl, wie sie sind. Ach, ich find's genial. Was? Boah, was leckt denn jetzt hier so? Nichts. Ja, jetzt auch nicht mehr. Ich hab was platziert. So. Ja. Ähm. Willi weg. So, ich brauch... So, soll ich wegnehmen. Dankeschön. Möchte mir einen Monster geben? So. Mein Gott, das wird ewig dauern, die Greifarmel zu produzieren. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. So rum ist richtig, ja. Sag mal, droppt das Alien-Kack erst später, oder warum nicht immer wieder ein neues Bild? Nochmal, bitte was? Nee, nee, ist egal. Gut. Bin ich mit konform. Was bist du? Damit konform. Ach so. Einverstanden. Was anderes ist verstanden. Das ist ein Wort. Alles aber. Was anderes ist verstanden. So. Äh, produzieren wir nicht irgendwo, äh, Wasser gedönst? Was für Wasser? Äh, hier, Wasseraufschüttung wollte ich grad sagen, aber das andere Wasser. Ja, wir haben's mal auf. Produziert, ich habe 2.000 dabei. Okay. Ich hab 4.000 dabei, ich kann dir sogar sagen, wo's produziert wird. Wo denn? Neben den ersten Elektrolyzern, die wir gebaut haben, da oben an dem Wasser denken. Ach du Schande, ey. Das ist ein halber Welt, äh, hier, Weltumsegelung. Produziert die doch einfach selber schnell. Du brauchst Wasser. In der Montagemaschine. Das war's. Das wird zu einfach. So, da wirst du wirklich schneller. Wenn du keine Wasseraufschüttung hast, dann machst du es kurz am Rand. Äh, ich hol mir welche. Wir produzieren die da, also will ich die auch benutzen. Heilige Scheiße. Wo denn überhaupt? Äh, die ist doch gar nichts. Na klar, bei den allerersten Elektrolyzern, die wir gebaut haben. Ja. Anfang Base. Da ist eine Montagemaschine mit, mit Dings drin. Rechts, 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 rechts. Ach, bei denen. Ah, okay. Und wieder zurück. Ach ja, ich bin dann auch mal auf dem Weg. Mal gucken, wer schneller ist. Und jetzt so schnell den Speed hoch. Du kannst mir gerne helfen, Stahl jetzt zu produzieren. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ganz ruhig. Wir brauchen wirklich diese ganzen Mischerze, brauchen wir in größeren Mengen. Sind denn das die eigentlich für komische Kristalle, die hier rumschwören, auf einer komischen Fließwand hier? Wo? Achso, das sind Geoden. Die brauchen wir später noch öfters, also. Okay. Geoden. So, jetzt erst mal 10 Milliarden mal Minus drücken. 10 Milliarden? Oh, das. Ja, ich habe halt sehr große Reichweite mit der Wassergedönsgrad. Achso, wegen der Landaufschützung noch. Ja, und ich brauche 3x3 Feld gerade. Und ich habe den ganzen Bildschirm voll. Was fängt der denn jetzt an zu bauen? Achso. Noch mehr Stahl. Also, zumindest ich würde gerne noch mehr Stahl haben. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Oh ja. I'm fine. Nachdem ich meinen ganzen Stahl an mich genommen habe. So in etwa, ja. Oh, da fehlt ja alles. Nee, die Elektro ist ja ganz selber. Es muss alles gebaut werden, also. Ja. Oh nein. Crafted ja der noch. So. Das ist 3x3. Ja, das sieht richtig aus. Dann haben wir hier noch einmal Wasser. Hier noch einmal Wasser. Und oben noch irgendwas. Ach, da ist auch noch mal Wasser. Okay. Was hältst du von der automatischen Greifarmproduktion? Abstand. Ist das angenehm. Jetzt brauchen wir nur eine neue Radarstation. Weil die alte auf mysteriöse Art und Weise abgerissen wurde. Ganz komisch. Und wo haben wir doch, äh, Dingsproduktion, oder? Ja, wer ist das Untergrund und das Dinger hier? Ja. Oh. Irgendwo habe ich das gesehen. Ganz wahrenhausvoll. Ja. Okay. Einer meiner vielen Produktionsstunden. Ähm. Ja, wo kann mir jetzt einer sagen? Äh, ganz rechts am, noch weiter rechts und ein Stück hoch. Wenn du die Karte öffnest, hast du da aber auch ein Rohrsymbol. Hartwache. Boah, danke. Okay, das ist jetzt minimal nervig. So. Und hier kommen Teiler hin. Da kommen Teiler. Und jetzt noch einmal die Verarbeitung. Und das ist ja auch überhaupt nicht nervig, dass ich, wenn ich das jetzt kopiere, gefühlt mehr Fließbänder wieder abreißen muss, als wenn ich sie einfach selber platziere. Wobei, nein. Ha, so würde es gehen. Ja, so funktioniert es. Cool. Dann muss ich jetzt nur noch da ein zentrales Band draus machen. Ähm. Was haltet ihr davon? Wir machen noch ein Lagerhaus mit Landaufschüttung. Weil, wenn ihr mal auf ein Map kommt, äh, guckt, da wo ich jetzt stehe, kriegen wir noch wieder Landaufschüttungen raus. Ist dann so, da unten. Also, das könnte ein bisschen... Ja, weg damit. ...problematisch werden, nenn ich's mal so. So. Ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen, um da eine vernünftige Produktion hinzusetzen jetzt. Aber hey, wir verdoppeln dann Stahl. Und hier sind Aliens. Geht ihr bitte weg? Danke. So. Ich war's nicht. Die Aliens sind von alleine grad verschwunden. Aua. Das war Säure. Hatten die ausgestorben. Ja. Ist der neue Spielform ab morgen im Kino. Äh, wo muss ich? Da muss ich. Ach, nö. Einmal wieder weg. Und da. Bitte da einmal weg. Da-dam. Und. So. Da ich maximal faul bin, lasse ich jetzt meine Roboter bauen. Die ganze Zeit. Okay, die fühlen sich glaube ich jetzt auch verarscht. Hallo Roboter, hier nicht schwächeln. Jetzt fangen sie schon an, einzelne Blöcke wegzulassen. Gibt's doch nicht. So. Der lässt deinen Roboter den Weg bauen. Bitte? Du lässt deinen Roboter den Weg bauen? Ja. Du kannst das ganz kurz selber machen. Ja. Ich fach nichts. Lass es lieber. So, Jim. So. Ähm. Na, wo bleibt es? Ich warte doch nur darauf, dass ich das Ding wieder anschließen kann. Ha. Hier. Ich warte doch. Dann. 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 Vielen Dank.